okay leute was geht ab weiter geht's mit uri wir haben das klettern gelernt letztes mal das heißt muss jetzt ich habe nämlich immer noch keine ahnung wo ich hin muss eigentlich ich musste das leuchtfeuer entünden das ding will mich verarschen bruder ok habe es nicht ganz kapiert du musst nicht direkt selbstmord begehen alle kann ich eigentlich skill nicht dann bald picken leute ich habe absolut keine ahnung okay wir gucken mal ganz kurz hier hoch es ist so geil das klettern erwarte ich bin davon gekommen hat die hat und zwar was kriege ich hier ich kriege mehr leben wenn ich speichere ich mein leben lebenszellen werden auf der karte angezeigt interessiert mich nicht turbo sprint das interessiert mich ehrlich gesagt ein bisschen erweitert den radius erhöht den schaden aber dafür bei drei punkte und dafür brauche ich zwei punkte ich will den turbo sprint haben wie habe ich genug schaden auf wie auf einmal bruder ich will eigentlich fett auf schaden gehen eigentlich gesagt okay hier gibt es nichts mehr das heißt wir müssen wohl vom zahlen müssen das habe ich gewollt gerne okay anscheinend nicht müssen wohl hier hin glaube ich da komme ich nicht hoch selbstmordattentäter aber wofür habe ich dich gebraucht dicke what um wie erst nicht aber Oh, Bruder, die wollen mich ficken, Alter. Okay, warte. Irgendwie. Ich kapier jetzt nicht so ganz noch, aber keine Ahnung, ob ich es nicht brauch, Bruder, aber. Wett. Ich habe jetzt schon drei von den Dinger, wofür brauche ich den, Shit? Warte, Herr. Achso, jetzt wendert sich wieder, okay. Okay. Wenn ich die Scheiße mal ansetzen könnte, wäre das echt nice, Alter. Okay, da geht es jetzt runter. So, ein bisschen looten. Feichern. Warte. Ah, Krieger. Watt. Watt. Okay. Immer wenn ich einmal springe, ändert sich das, oder? Oha, okay. Genau. Okay, immer wenn ich springe, ändert sich das. Aber wenn ich jetzt einmal springe. Aber wenn ich jetzt nochmal springe, bin ich am Arsch. Nein. Okay, 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 warte. Ich habe es geblickt, ich habe es geblickt, ich habe es geblickt. Also. So, jetzt. Alles klar. Alles klar. Und speichern. Ich will sterben. Ich brauche wieder mehr Leben. Also einfach laufen. Hier muss man so viel speichern, Alter. Ich will gucken, ob ich hier irgendwo hin muss. Oh. Ja, 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 ja. Ich will nicht mal die Karte. Ich will nicht mal die Karte. Ah. Da, da, da. Brenne in der Hölle. Scheiße. Kann man in der Luft speichern? Wo muss ich hin? Warte. Ja, hier gibt es was nämlich. Ähm. Wieso sind die Dinger da? Wofür? Aha. Wett. Muss doch gar nicht hin. Ich hab. Fick dich. Komm, schau. Schieß, 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 du Hure. Ach, leg mich den Gott. Mann, das ist doch immer komplizierter, ja. Okay, also. Wofür brauche ich dich? Bestimmt nicht, um da hinzukommen. Wie komm ich da hin? Ich guck gleich, schau. Ey, ich hab schon vier davon. Scheiße. Ah. Leg mich... Hey. Ah, okay. Ich hab diesen Shit nicht holen können. Aber. Fuck, das war eine Fähigkeit. Zelle. Okay, hier wird's mir... Ich krieg Augenclips von den ganzen Pissgesichtern hier. Ah, okay. No Shocker. Ah. Okay. Ah, ist klar. Gleich an. Okay. Und hat auf euch gegenseitig zu killen. Ich warst nicht. Woshi. Ja, gut. Ich bin ein Idiot. Das geht schon so auf den Sack. Ähm. Gut, weiter dahin. Was sind denn das für Dinger? Ah. Okay. What the hell? Nein, wo bin ich? Ah, fuck. Alter. Kompliziert geht es oder nicht? Mein Speedrunner, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Oh, what the hell? Dinger drücken. What the fucker, Digger. Okay. Ich hab immer noch. Leck mich. Entschuldigung. Entschuldigung. Uh. Husa. Noch mehr Leben. Husa. Husa. Wieso kill ich mich aber nicht dreckselig. Idiot. Aggressionen. Zeigen. Level over 9000. Geh. I don't have to. I don't have to. I don't have to. I don't have to. wieder dahin. Keine Ahnung wo ich dich drauf hab. Hoppistig. Shalom. Shalom. Don't you miss us? Bye-bye. Oh, wow. Training viele. Come on, mate. Come on, mate. Keeps up us. Come here. Stay up. I'll give two nicks. Wait. What? What? Man in. Hölle, Bruder. Hölle, Bruder. Wie gibt's denn von denen? Wie geht's denn? Oh, God. Bastard. Nice. dafür habe ich vier stück gebraucht jetzt da ist das feuer das brauchen wir bevor ich dich aktivieren bevor sie party hart geht okay das war's wohl ich klettern der herr ich kann da links doch gar nicht hoch ich muss den ganz zurück tragen wie wärs wenn ihr euch fickt warte warte lasst mich mal die lage checken das geht doch gar nicht also hier hoch komme ich mit dem ding ja nicht hier komme ich nicht hoch als ob stopp digger gut dann auf geht's packe meinen rucksack und ich nehme mit eine fucking feuerzelle oh gott ich kann speichern damit okay das ist ja immerhin etwas etwas positiv ich will mich ficken zum glück sind wir schon da abgezogen sein vater war das gerade hier jetzt doch Hä? Nimm halt nicht! Geht weiter, oder wie? Äh, du. Kann ich's hochwerfen? Ah, jetzt ist okay. Danke. Danke. Um diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Ja, das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Kann der den Weg zeigen? Ja, dann zeig mir den Weg. Danke. Habe ich jetzt wenigstens ne Karte? Digga, endlich! Den Shit brauche ich. Oh, den Shit brauche ich. Den Shit hole ich mir sowas. Mehr Fähigkeiten zähle. Ah ja, auf einmal ist das so klein, oder wie? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, Freunde. Den Shit hole ich mir uns noch. Auf jeden Fall. Oh Gott. Renn. Renn in die Hülle. Ah, Digga. Aggressionen sind vorprogrammiert. Ihr seid im verfickten Spiel. Renn. 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 Renn Nein, ich wollte es benutzen. Kann ich seine Schüsse benutzen? Ich denke schon, oder? Ich kann seine Schüsse nicht benutzen. Okay. Ich doch. Ich verarsche. Jetzt hab ich doch nicht hochkommen. No. No Front. Ups, aber. Okay, irgendwann anders. Glaube ich. Ja, irgendwann anders. Okay, ich kann seine Schüsse nicht benutzen. Aua, 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 Aua. 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 Okay, Bruder. Sie folgen mir jetzt. Ja, sie folgen mir. Ja, sie folgen mir auch. Guck mal. Folge mir. Folge mir. Folge mir. Sehr schön. Aber. Aber. Der ist dagegen geflogen. Okay, damit wird es auch nichts. Ich dachte irgendwie, ich kann den Vogel da hinbringen und dann seinen Körper dazu verwenden. Oh, legt mich, Freunde. Bitte legst mich einfach. Sterb doch einfach, Alter. Keiner will euch. Sterb einfach. Meine fette Eier. Ah. Ich will hier weg. Lass mich hier raus. Okay. Fähigkeitenzelle, Fähigkeitenzelle. Also irgendwie, äh, noch eine Fähigkeitenzelle. Irgendwie war ich noch da oben nicht. Ach so, ich kann gar nicht hoch. Ich will nachher jetzt. Ich will da hin. Ich will leben. Kann ich doch bestimmt da hin, oder? Weil ich kann ja jetzt klettern. Bin ja jetzt fucking broke now. Komm schon. Ja, Digga. Komm schon. Ja, komm schon. Warte, warte. Komm schon. Ihr wisst, ich, äh, versuche mal irgendwo hinzukommen, wo ich eigentlich nicht gehen soll. Nein. Leck mich, Digga. Oh, schau mal. Shalom. Leckt mich. Ich bekämpfe euch nicht. Leckt mich. Leckt mich. Leckt mich. Leckt mich. Leckt mich alle. No front. Aber leckt mich. Nicht auch. Okay, Vogel. Leckt mich. Äh, runter links. Komm her. Jetzt geh sterben, Alter. Komm her. Brenn. Ich hab so ein Lass auf diese, wie ich hab. Fick das. Und zum Glück hab ich gespeichert. Ich hab gar keinen Bock mehr zu kämpfen. Ich hab gar keinen Bock mehr zu kämpfen. Ich hab keinen Bock mehr zu kämpfen. Ihr geht mir einfach auf den Sack. Komm her. Jetzt hab ich schon zwei Kartenfragmente. Ich weiß nicht mal wofür. Ah. Oh. Okay, nice. Das war nicht gewalt, aber nice. Ich glaub, da komm ich noch nicht hin. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ja, komm, Bruder. Oh Gott. Oh Gott. Brenn in Fähle. Ähm. Muss ich den von da oben jetzt da hinlenken, oder wie? Ich will da eigentlich hin, Alter. Das Ding kann auch nicht schaukeln, oder? Ne. Hm. Glaub ich nicht, dass das gehen soll. Das ist der früher wohl, hm? Das ist der früher. Hier schon? Oder hier? Ist das gleich? Nice. Oh, da ist ein Kartenfragmente. Äh, Karten-Dingser meine ich. Thank you. Aber ich hab immer noch einen. Ich hab immer noch einen über. Womit. Na, links. Ähm. Okay. Okay. Brauch ich den? Oh. Brauch ich den da? Wofür brauch ich dich, Bruder? Oh. Ja. Wofür brauch ich den, Alter? Warte mal. Kann ich das mit dem kaputt machen? Obwohl, wie soll ich den da hinbringen? Äh, nein. Komm. Helfen wir dir mal hoch. Ne. Ne, 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 ne. Klingt nix. Okay. Geht's da mal schon mit Eis, oder was? Ah. Gibt's da was? Ähm, ja. Komma. Oh, ich muss erstmal da reißen. Tiger. Aber ist ja ne coole Welt, Mann. Wofür brauch ich die Missile-Button? Ah, ich brauch den, um da hochzukommen. Der hatte so ne grüne Stelle, hätte ich den auch so kaputt bekommen? Oh. Uff. Ah, das wird kompliziert. Das wird kompliziert, Mann. Ja. Oh, Leute. Gebt mir ne Pause, Alter. Ja. Ah, ich bitte um wannwave Oddem. Ah, ich kann das schools öffnen. Ich muss wann keine Kopfbew holiday sein, oder woher不會? Das muss nicht ohneuofe sein. Das ist einfach so glücklich, was man sagt. Ich sehe hier nichts zum kaputt machen. Ihr wollt mich doch echt verarschen, Alter. Ich wollte mir erst noch sagen, ich soll dieses Vieh hier hinbringen. Ah, ich kann von da oben runter. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich erlöse dich von deinem Leib, okay? Ich weiß, Leute, ich folter gerne andere Tiere. Ihr habt es. Ja, ich gebe es zu. Komm, komm, komm. Wofür ist das da? Guck mal her. Ich wollte eigentlich, dass er da runterrollt. Ja, leck mich. Gibt es da irgendwas für den? Aua. Als ob ich den hier hochholen kann und dann da hochwerfen kann. Was gibt es hier? Komplizierte Welt. Wir speichern. Bruh. Äh. Ich sehe eigentlich die Zeit ist um, aber wir machen eine Doppelfolge draus. Ich muss mal kurz checken, ob hier was ist. Ich nehme jetzt ja. 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 Okay, Leute, es gibt doch keine Doppelfolge. Ich wusste nicht, dass wir hier schon fertig sind. Ich habe es nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich mache hier noch ein bisschen was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Gän. Fickt euch! Fckt euch!